Hier geht es um eine Bombendrohung gegen ein hochrangiges Ziel. Du musst einen Eingang wählen, bei dem du möglichst wenig Feindfeuer ausgesetzt bist und der die Zeit für das Erreichen und Entschärfen der Bombe minimiert. Das Seil ist der schnellste Weg, um das Gebäude zu durchqueren, denn so kannst du Korridore und Trippen umgehen. Sobald du das Ziel erreichst, musst du eine Bombe entschärfen, die mit einer unbekannten Chemikalie gefüllt ist. Wir haben dich mit einem Entschärfer ausgerüstet. Platziere ihn bei der Bombe, um das Signal zu stören. Schütze den Entschärfer, während er den Vorgang abschließt. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden. Die Feinde kommen per Sein! Die Feinde kommen! Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Okay.